Hallo zusammen! Schön, euch hier zufällig anzutreffen auf der Esoterikmesse Wien 2018. Ihr habt einen Schwerpunkt, mit dem ihr euch hierher getraut habt, nämlich Telepathie ist euer Thema. Und da bietet ihr auch Seminare an. Telepathie, die Sprache des Universums, wie kann man das verstehen? Naja, es ist so, dass diese Sprache des Universums nichts anderes bedeutet, als dass es die ursprüngliche Kommunikationsform war und nach wie vor ist. Die meisten Menschen haben es nur vergessen, beziehungsweise es ist in jedem Menschen angelegt. Und es erwartet nur darauf, wiederentdeckt zu werden. Und das ist das, was wir bei den Seminaren hervorholen. Das heißt, Telepathie ist sozusagen eine Vorform der heutigen Sprache sein? Es war übrigens, wie gesagt, die ursprüngliche Variante der Kommunikation, bevor es überhaupt Sprache gegeben hat. Wir haben uns immer telepathisch unterhalten, so wie es ja Tiere und Pflanzen und andere Wesen untereinander nach wie vor machen. Nur der Mensch hat eben diese Fähigkeit vergessen, muss man eigentlich sagen. Das heißt, das ist ein regelrechtes Zurückerinnern, was ihr damit fördern wollt. Richtig. Weil es Fähigkeiten sind, die in uns angeboren sind. Es ist ja bewiesen, dass wir nur einen Bruchteil unserer Gehirnkapazität auch tatsächlich nützen. Einige sogar nicht einmal einen Bruchteil. Verborgene Fähigkeiten wieder zurückzubringen, liegt euch am Herzen. Wir kennen das Beispiel von der Präkognition, das ist ja der Nachbar von der Telepathie eigentlich. Ich denke an wen, der ruft plötzlich an, 100 Jahre nicht gesehen. Und auf einmal steht wer in der Tür, an dem man gerade gedacht hat. Da gibt es ja noch ein paar so Beispiele. Mit einem Hund bilde ich mir ein und so Sachen. Ja, mit dem Hund. Das ist das Beispiel, was der Robert Sheldrake auch als Video oder was man auch als Video anschauen kann. Und zwar wartet der Hund zu Hause und das Frauchen sitzt in einem Café. Und in dem Moment, wo das Frauchen die Absicht hat, nach Hause zu fahren, wird der Hund schon unruhig. Das heißt, warum wird der Hund unruhig? Weil er über Telepathie diese Informationen bekommen hat. Die Tiere sind ja sehr offen dafür. Mit Tieren telepathisch sich zu verbinden ist wesentlich leichter, als das mit einem Menschen zu tun. Warum? Weil wir Menschen sehr verstandeslastig sind im Alltag. Wir denken ständig an das, was noch zu erledigen ist. Wir denken an unsere Arbeit und so weiter und so fort. An Probleme. Wir haben Angst. Das sind alles Dinge, die uns hinunterziehen und auch verstandeslastig sind. Denn es ist so, dass Telepathie nicht in der linken Gehirnhälfte stattfindet, sondern in der rechten. Telepathie heißt auch, dass wir Emotionen übertragen, Gedanken, Bilder. Alles das, was mit Gefühl zu tun hat und sich mit unserer kreativen Seite verbindet oder was damit zu tun hat. Das heißt, wir können unsere telepathische Fähigkeit steigern oder zurückholen, indem wir Dinge machen, die mit kreativen Tätigkeiten zu tun haben. Ob das jetzt Malen ist, Musizieren, alles was Freude macht. Das bedeutet Telepathie. Also Verstand gegen Emotionen, der ewige Kampf. Es ist ja nicht so, dass die Menschen grundsätzlich ein Problem haben, telepathisch zu kommunizieren. Wir haben sehr oft das auch bei den Naturvölkern. Die sind ja noch nicht so in diesem Modus, oder hoffentlich werden sie es auch nicht sein, in diesem Modus drin, wie wir hier in der westlichen Welt insbesondere. Es gibt eine schöne Geschichte, wie Aborigines telepathisch kommunizieren. Dabei ist es so, dass derjenige, der die Nachricht sendet, den Übermittlungsvorgang zunächst mit einem Rauchsignal beginnt, um den Empfänger auf diese telepathische Nachricht vorzubereiten. Und der Empfänger muss für diese telepathische Nachricht empfänglich werden. Das heißt, derjenige Sender schickt das Rauchsignal und wartet dann ab, bis es nachdrückt, bis er erwartet, dass derjenige schläft. Der Sender, der Empfänger, der das Rauchsignal erhält, weiß, er muss jetzt seine Gedanken lernen. Wenn er sich schlafen legt, wird er dann die Information im Schlaf bekommen. Warum ist das so und warum funktioniert das? Weil wir im Schlaf in einem entspannten Zustand sind. Und das ist auch genau wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind dann fernab von diesem Zustand des Alltags und des Verstandes der Dinge, die täglich uns umgeben. Und wie können wir das lernen? Wir können es lernen, indem wir auch in so einen Zustand kommen. Es muss aber kein Tiefschlaf sein, sondern dazu reicht ein entspannter Alphazustand, wie wir ihn nennen. Also wirklich vielleicht auch Dinge zu machen, die uns Freude machen. Aber es kann auch was anderes sein. Mir ist es schon häufiger so gegangen, dass wenn ich geputzt habe, auch telepathische Nachrichten bekommen habe. Weil selbst beim Putzen man ja in einem entspannten Zustand ist. Das heißt, wir müssen dann das eigentlich nur versuchen, in unseren Alltag zu integrieren. Bist du ja öfters in Wien? Die Sache ist ja, du kannst es auch selber versuchen, indem du mal deine Wohnung putzt. Okay. Aber ich möchte mir jetzt deine Wohnung nicht anschauen. Nein, nein, also ist blitzblank. Erst kürzlich habe ich auch so einen Anfall gehabt, okay. Ach so, ja, dann einfach mal... An telepathischen Anfall. Einfach mal den Zustand des Putzens oder die Tätigkeit des Putzens dafür nutzen, um telepathisch zu kommunizieren. Okay, okay, okay. Ja, also meines Erachtens nach beginnt ja die Telepathie schon zwischen Mutter und Kind zum Beispiel. Diese Verbindung, die da ist. Ich habe das erst kürzlich erlebt. Meine eigene Mutter, die hatte ihren Sohn, also mein Bruder. Der war jetzt in Vietnam und sie hat gespürt, hier, da ist irgendwas, da ist irgendwas. Und ja, es war was, weil er wollte die Reise irgendwie noch erweitern, nur reichte dann die Zeit nicht aus, um dann den Rückflug wieder zu bekommen. Das hat ihn ein bisschen unrund gestimmt. Und allein dieses kleine Signal, von Vietnam bis hierher nach Wien, hat meine Mutter empfangen und sie hat ihn dann gleich angerufen und hat gesagt, ja, nein, mich stört gerade so, ich würde ja gerne noch weiter vorstoßen in den Dschungel. Und das war's. Nichts passiert. Was aber klar ist, denn Telepathie ist ja unabhängig von Raum und Zeit. Es ist egal, ob der jetzt da nebenan wohnt, nebenbei sitzt oder sonst sich irgendwo auf der Welt oder außerhalb befindet. Und auch, ob der eventuell in der Vergangenheit existiert hat oder in Zukunft existieren wir. Also über das Leben hinaus. Über das Leben hinaus. Bekannt ist ja die Kommunikation mit Verstorbenen. Ist genauso eine telepathische Angelegenheit wie mit lebenden Menschen oder Wesen. Ihr habt jetzt Seminare in Planung und da demnächst Termine. Wie baut ihr die auf? Wie wird das präsentiert und wann und wo? Alle Infos. Raus damit. Wir haben in nächster Zeit mehrere Termine, mehrere Seminare. Eines hier in Wien, 8. und 9. Dezember, jeweils einen Tag. Und die weiteren Termine sind in Deutschland in der Nähe von Augsburg am 12. Jänner und in München am 13. Jänner. Die Informationen dazu findet man auf cosmic-society.net oder auch auf zeitenwende.events. Hurra! Sind wir gespannt, wie viele Menschen ihr an ihre telepathischen Fähigkeiten erinnern könnt. Dankeschön. Danke dir.